So, willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ja, wir müssen hier auf diesen Turm. Und da ist doch schon jemand vorgelaufen, ja. Hier geht's hoch. Und jetzt, äh, ja. Genau, diesen hier, diesen hier. Ja. Ja. Puh, oh, ja. Na, komm. Supi. Supi. Das ging ja dann doch, äh, schneller als gedacht. Diesen Turm dazu erklimmen. Und wie kommen wir jetzt hier am geschicktesten runter? Ohne uns, äh, sämtliche Knochen zu brechen. Eventuell denselben Weg, wie wir hochgekommen sind. Zumindest mal so halbwegs. Oder auch nicht. Wupp. Kommen wir da rüber? Ja. Gut. Was machen wir als nächstes? Repariert habe ich alles. Ähm. Das bin ich gerade am überlegen. Ne, das ist, welch. Welche Karawanen ist das? Das ist, okay, ich glaube, der geht hier in diese Richtung. Die zahlen mir echt zu wenig für das hier. Ja, das Gefühl kenne ich. So, während die da so langsam vor sich hin marschieren, gucken wir mal, was wir hier noch in der Ecke haben. Ah, hier haben wir noch einen Fertigkeitspunkt und eine Sehenswürdigkeit, die wir noch nicht gemacht haben. Und unser, äh, ja, unsere tolle persönliche Quest ist auch noch da. Gehen wir mal der ganzen Sache hier ein bisschen, ein bisschen Speed. Zwar nicht viel, aber... Naja, hilft nicht. Es hilft alles nix. Ach. Ja, da sind auch die Banditen. Ich sehe sie schon einen halben Kilometer weit. Feuer. Ja. Oh. Next. Ja. Mögen die Sechs euch behüten. Na, hier ist der Feind. So, könnte er jetzt weiter. Danke. 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 Ich würde gerne hier auf den Bullen reiten. Dann würde ich mir nicht hier meine ganzen schönen Schuhe platt laufen. Boah, das geht leider nicht. Und das ist eine gute Idee, hier mal abbauen. Ich diene Löwenstein. Ach, da kommen doch ein paar Banditen. Oh, ein grüner Helm. Zwar nichts, was wir tragen können, aber trotzdem grüner Helm. Ja, halt schwer. Schade. Wäre nett, wenn wir das als Stoff bekommen hätten, aber hier nur so eine schwere Rüstung. Können wir leider nicht anziehen. Komm. Feuer. 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 Alles eingesammelt. Näh. Du auch. Na, da warten doch schon wieder ein paar Leute auf uns. Diesmal Zintauren, keine Banditen, aber ich nehme hier alles, was auf uns zukommt. So, wieso nehmen die denn hier so einen ewig weiten Umweg? Wäre doch besser einfach hier runtergelaufen. Oder gehören die nicht zu unserer Quest hier? Doch, das sind doch so viele da oben. Obwohl, die Scharfschützen hätten doch eigentlich da oben stehen bleiben können. Hm. Inventar wieder voll. Zack. So, haben wir alles. Wir sollten eigentlich alles haben. Ich frage mich schon echt, wann ich mal hier zum Craften komme. Ich glaube, das muss ich irgendwie neben der Aufnahme mal machen. Weil es ist ja sonst ewig und drei Tage langweilig. Erfolgreich, juhu. So, aber wir sind jetzt hier trotzdem kein bisschen weiter, weil hier waren wir schon. Ähm. Ich nehme jetzt hier noch den Aussicht, die Sehenswürdigkeit und den Fertigkeitspunkt, glaube ich. Und dann sind wir hier in der Ecke auch fertig. Hoffe ich. Hoffe ich. Was geht denn da ab? Oh. 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 Ich bin schneller als ein Centaurier. Ich bin schneller als ein Centaurier. Ich hatte aber hübsche Dolche. Muss man da neidlos sagen? Das sind hübsche Dolche. So. Das ist der Aussichtspunkt und jetzt noch die Fertigkeit. Ach, anstürmende Fledermäuse. Kram, die die Welt nicht braucht. Ja, zumindest mal kriegen wir hier noch so ein bisschen Blut zusammen. Das hilft dann auch beim Craften. Ja. Wie haben wir den denn hier wieder gesetzt? Ach. Ist das jetzt besser? Ja. Okay. Okay. Bumm. Ja. Müssen wir uns hier mit den Skalen anlegen? Ich will da nicht. Die regenerieren immer so doof. Moment. Oh. 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 Doch, das Fleisch hatten wir ja gegessen. Doch, das Fleisch hatten wir ja gegessen. Ich bin gerade etwas irritiert, wo da der Fertigkeitspunkt ist. Er wohnt hier aber auch schön. Bleib stehen. Na, das haben wir auch wieder geschickt gemacht, ausgewichen, während wir am Kasten waren. Deswegen der K. ist nicht durchgegangen. Ja, bau mal ab. So, wo ist denn unser Fertigkeitspunkt? Ihr wollt doch nicht... ...dass ich mich jetzt hier mit den ganzen Mobs hier auseinandersetzen muss. Plöpp. Da hat's Plöpp gemacht und dann war er weg. Ach du, ahnst du es nicht? Was geht denn jetzt hier ab? Oh, immer schön im Kreis so rum. Ewiges Quartal. Fertigkeitsherausforderung. Ja, ich glaub, da sollten wir erstmal ein bisschen hier aufräumen, oder? Äh, was? Wir haben die Geburt hier weggesehen und werden ihren Tod sehen. Wir sind die Unsterblichen. Ja, was wollt ihr denn von mir? Zeigt uns eure Kraft. Wir gewähren euch keine Gnade. Oder besiegt uns. Und ihr werdet fürstlich belohnt. Na toll. Das ist mal auf hier, Freunde. So nicht. So. Toll. Zumindest mal keine Veteranen und Champions. So. Ach, da seid ihr ja schon wieder. Na zumindest sei denn er hat diesmal schnell gestorben. Okay. Dann wieder zurück. Fertigkeitspunkt haben wir ja. Den einen Aussichtspunkt auch. Dann haben wir noch einen Aussichtspunkt. Äh. Da hinten bei den Centauren gehabt. Diesmal können mich hier die ganzen Mobs gerade kreuzweise. Oder. Oder. Hm. Wir müssten eigentlich auch mit unserer Quest weitermachen. Hm. Tja. Tja. Was machen wir da. Ich glaube dann machen wir einfach jetzt hier mal. Eine etwas kürzere Folge. Weil eigentlich hätte ich jetzt noch ein paar Minuten. Aber ich denke mal hier die persönliche Quest wird länger dauern. Insofern. Da laufen sie schon wieder. Hier die zwei Spezialisten. Und lassen dann gleich eh wieder den Banditen frei. Ja. Dann würde ich sagen. Ähm. Ich mache dann wieder an der Stelle hier Schluss. Und unsere persönliche Quest machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. 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 Dann.